Filterblasen und soziale Räume, die keinen Platz für Andersdenkende lassen, gibt es im ländlichen Raum. Und in der Stadt ist es kein bisschen besser. Ja, mit wem kann ich noch reden? Oder mit wem kann ich ins Gespräch kommen? Und wo kann ich meine Meinung sagen und bei meiner Meinung bleiben? Und wir sind trotzdem gesprächsfähig. Ich habe bei Bubblecrasher gelernt, dass ich mich erstmal bewegen muss und aus meiner Komfortzone raus muss. Und wenn ich dann auf andere zugehe und mir wirklich Mühe gebe, sie zu verstehen, dann gebe ich ihnen auch die Chance, dass sie mir ein kleines Stückchen entgegenkommen können. Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, sich mit Menschen zu unterhalten, die andere Meinungen haben als sich selbst, weil es leider viel zu oft heute wieder vorkommt, dass wir in Schwarz und Weiß einfach nur denken. Und Bubblecrasher hilft dabei, Vorurteile abzubauen, die man gegenüber anderen hat. Lernt neue Leute und ihre Perspektiven kennen. Lasst die gesellschaftliche Spaltung hinter euch und diskutiert, so viel es geht. Aber natürlich respektvoll. Mit deiner Unterstützung machst du es möglich, dass junge Menschen anfangen können, gesellschaftliche Spaltung zu überwinden. Dass wir Trainings und Coaching auch für einzelne Jugendliche anbieten können. Und dass Bubblecrashen kein Thema nur für Jugendliche ist, sondern die gesamte Gesellschaft bewegt und verändert.